um servus leute hier ist ein text von TDI Gaming und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge League of Legends mit ihr tippt hallo um er wird nicht ganz normales 3 und 3 weil wir gerade Bock haben und ich hab Bock aufs aufnehmen ich hab den heiligen Keks oder verbeugt euch ich hab absoluter Keks der Verjügung ja auf jeden Fall ich hatte jetzt einfach kleine innernet Probleme deswegen waren die ein bisschen schneller da ist der Keks oder der Keks kostenlos ja klar nein die kommen hier unten lang die Keks aber auch haben erwarten jetzt aber auch hier und Dach da laufen so da ich bin aber von hier nach da und da sie werden eine Karriere okay das heißt und ein paar verkaufen das ist ein die haben eine Karriere da kann sie auf der Karte der ist so was so woher die sich alle gleich flaschen ohohoho direkt wenn ich hinterher flaschen und drehen jawohl genau Ben es wird dann muss wieder sich erlösen ja Stil ne alles lief wieder perfekt ich wollte mir holen und dann Bam Bam äh ja da läuft wie ich es für uns und guckt euch das Duell von mir und Ben an Black Ops äh ne Call of Duty Mb2 ohja Radbarer da ohja da hat alles kalt der Jay gegen den Ben gewonnen ohja äh kann man damit hochkommen wir können auch ein Battle machen oh komm komm ruf da oh hast du kannst du sie stunn oder so ne äh jetzt das nächste mal sagen sollen Ben geh runter was machst du denn hier geh runter ihr geht zu zweit auf die Tor ja oh die sind auch zu dritt ok aaaah aaaah auf Akali 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 ich kann nichts machen Akali Akali Ah cool down Akali aaaah Jay ich hab den Keks eingeworfen ich werde ihn nicht ich werde überleben was bist du für ein Bongo äh als ich habe alles gemacht worden Bobbett ist der größte Vollung die ich kenne weil es war es ist ja und jetzt gehen dann wieder an so ein so ein so ohne Scheiß so ein Flop bist du und alter ich hähne was ich meine das erklärt aber ich bin zweiter und weiterkolliger Oben auch ich habe eine Maulung drauf gehämmert heißt er war so eine Vorgang des Bildes wie ich könnte ich hatte die Laufen habe ich dir auch geholfen mann e jetzt will ich da ruhig in der Zukunft wie du stirbst den Dornepanzer bekommen wir nicht ne ist dir schon klar mir wirklich sehr leid ne sollst du ja auch wenn der Spiegel so backen ist wenn ich nicht durchkommen durch die Scheißversalte scheiß man scheiß ey oh man Ben 4 kills ja Ben das weißt du Ben schreibt noch hilf mir hilf mir ich hab Autos gemacht naja Autos ist die vielleicht wenn der so ein paar 5 Leben hat oder so nicht Autotext machen oh weil jetzt bloß du die Kills hast das ist nicht so geil ja ist in Zukunft bleibt euch die Kills ist mir sehr leid jetzt ist er einfach mit Autos mit draufkauen er hat einfach ne Kuh reinhauen ja also in Zukunft kommen und lass mal ein Technik los halt nicht auch deine Hilfe denn ich kann sich mal pissen ja da ist er mich gezogen hat ja du bist level 1 man wo ist ja soll ich ja klar ja ich hätte schon ich hab keine range er hat euch gelitten der blöde Wichser ich kann so ein bisschen hey Alter ich dachte ja ohne Scheiß ne Alter ich dachte ja ohne Scheiß ne Alter ich schalte mich dazu raus nix das ok du hast ganz leidend am Tower Difen ne verpiss dich einfach du hast gestorben guck mal du hast noch die Schnauze alter ganz ehrlich ja ist gut Mann lass 57 Leben ne nein 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 ich tue euch und mir einen Gefallen Nuda du bist so ne Pussy wartet Leute so schlecht ich und also ihr und ihr müsst euch das gleich nicht mehr antun oh mein Gott das tut mir so leid Klaas dass du einfach keinen Kill kriegst angenehm und das dann auch in so L oh ja wunderschön er hat denn aber aber ohne Scheiß warum sie jetzt so die ganze Zeit gestielt es war kein Stil er rennt in der Herde sein 50er Regen das Spiel wieder und schmerzt er spürt ich bin und ich habe das Ballast wecker so soll es ist jetzt in der Aufnahme so ist aber was halt so ist es ist so und ja was halt so ist es ist so ne meiner ist immer gut manchmal ein Team im Game zu haben ein Typen im Game zu haben der Damage macht und die ganz Kill Steals aber das ist ist okay das wird es leidenschaft es bleibt ja gleich wieder so doch versagt er die ganze Zeit äh schaffst du top lane? ja warte ich komme mir mal helfen lass ich mal wenn verrecken gut Idee ne? oh wenn wir drauf gehen äh ne warte 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 oh ich geh drauf oh gehen wir einfach mal drauf so mal da auch kein Damage alter die hat ganz schön wie Rüstung ne? oh ich krieg auf die Fresse oh willst du nicht kommen? äh ich schaff's schon ich hab ganz schön viel Rüstung muss ich sagen mal schon mal ein bisschen tanky like die spielt auf AP ist klar lass ihn verrecken lass ihn verrecken ja okay lass mal rein kommen oh jetzt muss er weg hier oder wir attacken da wollen wir komm wir gehen einfach mal drauf oh ich schaff's oh ich schaff's ach ich bin nicht gemein ich bin nicht gemein tut mir leid mit wenn ist das äh zu spielen ist das geworden ist schon okay no problem wenn jetzt so rum zu flamen macht's auch nicht besser problem wer kommt mit dem muten jetzt was hat er mit muten zu tun ich hab kein mana meier oh ich hab kein mana so hat jetzt auch sein kill jetzt haben alle kills sind doch glücklich man ey alles niklas ich hab grad nicht drauf geackt wie hier die ganze Welt hier rüber ey ach komm ein mute zu Ben wieder sonst rastet er noch auf und dort schaff's ja genau weil er ausrastet hab ich jetzt keinen Bock mehr das anzuwählen ich raste nicht aus ich würde mich ausrasten wegen was denn was gerade wieso er ausrasten sollte besser ausgerastet ich was gerade ausgerastet weil ich einfach weil ich meine Kills geholt habe denn die Klasse ist ja nicht ausgerastet das waren wirklich ein paar Kills die jetzt aber ein paar Richtigstees waren keine Kills die jetzt aber ein paar Richtigstees waren keine Kills die es war einfach ein Glück war dass du gerade ausgerastet bist weil er ein paar Stills hat aber schreckt ab ich habe eine die Kille eventuell gestealt wenn er aber gestiert aber das ist ja auch lecker hier ist es sich leben also nur dann ist denn nicht dass er noch ein Spiel raus von müssen wir uns selber direkt so ein Kill da mal die Gegner an das ist und der verspart und er hat gesagt hätte das nicht gemacht hätte man den Kill nicht safe gehabt doch etwas ist noch alles gab wir hätten selbst gehabt wir hätten selbst gehabt dann ist aber aber er ist aber aber nicht dass er gestorben also sie es lohnt und er hat ich habe es dann ich habe es dann ich habe es dann die Mann das will ich 8 und vorweg drei Verboten Läger er ist ein Verbrechen sagt wenn gerade er ist das war das hat Christoph Kieb der Zettel bei mir werden und der Zollenspieler im Allekes ist super gut aber nein und durch Mürden weil ich diese Klautung sind kräftet das ist so junger bei mir die Tauern eigentlich komponenten ich habe und sein er kennt ich weiß nicht mehr Nice! One! Oh, der hat... Oh, der hat... Oh, der hat doch keine Ulti. Haha! Ich hab irgendwie jetzt... Oh Gott! Oh Gott! Okay, sie kommt! Hau druf, hau druf, hau druf! Ich hab... Warte, Ben kriegt die... Oh, nice! Sorry! Alter, ohne Scheiß! Davy, das ist so ein Killsteer-Champ, oder? Das ist... Warte, ich kann auch hier chatten, ne? Ja, genau, cool. Come and muting, einfach, meine Güte, jetzt ist ruhig, okay? Wenn ihr so spielen, dass ihr euch im... Eiter... Oh, die fickt mich! Oh, die fickt mich! Oh, ich fick dich! Oh, ich fick dich! Oh, ich fick dich! Oh, ich fick dich! Dam, 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 dam. Huu! Kommt her hier! Irgendwie, weiß nicht. Mach... Oh, u! ... und ich... Der Dings. Kein Schaden. Blutrausch. Ist irgendein Grund. Toll. Huu! Arcade kriegst du! Also, ich hab Warwick bekommen. Ich dachte, du hast Warwick bekommen und ich bekomm jetzt... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich... Rauch, 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 Rauch! Rauch, 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 Rauch! Rauch, 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 Rauch! aber auch dieser umverwundbar das Jahr bei der Art der Zerstörung die Dauberie Sowie alle ist auch schlecht hier hat ich dachte ich stirbt also als ich dachte ich würde mich mal an den Schwerpunkt vor dem Autos drauf zu machen und da rein zu schaffen bei Lohen die Leute hatten die Rolle von einem Alter nicht dazu ist so armseelig ne nicht nur und dann einfach irgendwas rum ist er hat sechs geht es nicht das hat sechs geht es er gar nicht nur es hat mich gerade völlig aus ich hätte gerade entgegnet das schreien das ist schlimm aber ich habe mir draufgegeben alle diese anderen ja dann lass mal aufgehen oder aber war 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 schreit mir drauf 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 ok und das war es für mich da kommt nichts machen er kommt die Hälfte dir noch Los, Renekton! Nein, Renekton! Nein, die hat Ulti! Nein, die hat Ulti! Nein, Renekton! Nein, Renekton! So, wenigstens noch Assist bekommen hier. Wenigstens höre ich ihn nicht so laut schreien, dass es noch durch dein Mikro durchkommt. Dann würd ich mir langsam Sorgen machen. So, ich kaufe mir jetzt das hier. Nicht mehr. Kack da. Was, sorry, Los. So, mal gucken, ob wir Ben wieder entmuten können. Ben Morte. Gehen gleich alle drei drauf. Mal gucken, ob wir Ben entmuten können. Guck mal, wo der rumschreit. Geh drauf, 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 los, 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 los! Attacke! Nein, das wird gut. Nein! Nein, warum ist das der Stopp? Mann... 4, 3, 2, 1, nicht tun. Nein. Nein. Oh. Mann. Ich dachte, du bekommst sie nicht mehr. er ist okay es enthielt sich dann mal wieder faires halber ich hätte jetzt weiter noch viel lassen ich bin so Darius ist so ein Loopscher tut mir da alles tut mir da nalala 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 weiterlaufen wollte ist alle ab 1 3 schloss gefehlte b ich will Goldersinger okay war ich nur 8 Respekt ja aber man kann aufregnen und unter der Klaue ein was er war ich jetzt ich bin alle steckers astobische Brotungswürde oder gerade auch wenn einer steht jetzt zu gehen in die haben noch durch die langen wo wir gewünscht wurden die anderen warum sind die Ich lasst ihn alleine Ich hoffe Ich bin Busch und mach'n B Ich geh'n B Schnapp' dir Alcali, schnapp' mir Kay Schnapp's dir, ich hol's mir ne Oh nein, die war unverwandbar, die Hure LOL Nein, jetzt liegst du die Warte, 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 warte Nein Vielleicht greif' irgendwas Irgendwas Hast du nicht deine Ku- du hast ein Ulti Ja Ja, ich hab' dir auf Kulto und Niklas, ich muss grad schon einmal ranflaschen Ich weiß Ich hab' sehr gesehen, wo die gerade wieder auf Dings war Oh, die haben aufgegeben Ich sag' gleich, oh, oh Komm, stirb, stirb Nein Für den ersten Zuschauern, eine kleine kurze Folge Bis zum nächsten Mal